Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Layers of 4 2. So, hier waren wir stehen geblieben. Akt 4. Wie hieß der? Atme. Brief. Genau, sehr schön. Hier sieht es sehr, sehr nett aus. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was da vorne so los ist. Hallo. Spot on. Thanos. Ich bin verkruselt. Ich glaube, ich muss rennen. Das macht den Anschein. Das sieht nie so freundlich aus. Soviel dazu. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte hier keine Verfolgungsjagd mehr haben. Oh. Es gab ein Achievement. Geschlossener Sarg. Okay. Gut. Aber das ging ja. War gar nicht so schlimm. Sehr schön. Okay. Ähm. Ja, bitte. Cardorus Clausus, das Aura wacht. Mach mal auf hier. Wie bitte? Wie bitte? Okay. Ist auch eine angenehme Art zu reisen. Da stand jemand. Der hat mich jetzt aber nicht gekriegt hier. Du es nicht. Du es nicht. Du es nicht. Was denn? Lauf doch nur. Okay. Warum denn nicht? Lass mich mal durch hier, Digga. Ich bin verwirrt. Okay, hier ist zu. Äh. Äh. Geh mal da durch. Auch egal. Da flackert was. Ich bin verwirrt. Ich sehe nur noch rot. Wo bin ich jetzt? I have no clue. So. Darf ich wieder? Dankeschön. Das sieht ja aus wie... Ich weiß nicht. Ich dachte zuerst, wir sind wieder in unserer Kabine, weißt du? Okay. Hier kann man Musik abspielen. Sonst noch irgendwelche Schätze hier. Wo ich hier irgendwas abspiele. Huch. Na gut. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter. Es sieht nicht so aus. Na gut. Dann, äh. Hui. Aber keine schöne Musik. Er rastet würdig aus, ne? Okay. Ähm. Sonst noch was? Bild? Er qualmt schon. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Naja. Sesam, öffne dich. Klingt nicht so glücklich. Na 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 Wer ist das? Ich weiß noch nicht, wofür der hier steht. Ist es halt vielleicht wirklich jemand, der die Kinder verfolgt hat auf dem Schiff? Und der nicht ganz so nett war? Also der Vater ist es ja nicht. Auf dem Schiff ist es jemand anderes. Der Vater ist ja das einäugige Skelette, der Pirat. Der hier steht für jemand anderen. Ich vermute für irgendjemanden, der auch blinder Passagier war. Und die Kinder beobachtet hat, verfolgt hat. Das ist meine Annahme. Aber wahrscheinlich war er nicht so nett. Hatte das Schiff vielleicht einen Unfall oder so? Und weil die Kinder ja unten im Krachtraum waren, ist da vielleicht Wasser vollgelaufen? Kann auch sein. Bin mir nicht sicher. Hier was? Hier was? Was ist das? Also nicht. Okay, ist hier wieder ein beschlossener Raum. Kopf hoch. Okay, hier war eine Limpianz. Ich weiß noch nicht, wie sich das hier entwickelt. Gibt es auch wieder Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten? Okay, jetzt sind hier blutige Tücher. Also sie ist ja von irgendwo abgestürzt. Sie scheint sich ja... Irgendwas getan zu haben, wahrscheinlich. Weiß nicht. Da baumelt wieder jemand. Wieder so eine Haut hier. Ich bin mir echt nicht... Ich bin mir irgendwie gar nicht mehr sicher, wie sich das hier entwickelt. Hast du irgendwas für mich, Digga? Nee. Ich bin mir einfach mal rum. Wahrscheinlich nicht zu sein. Auch nicht. Ja, das ist einfach nur Dusa. Das ist nichts. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ne? Was hier abgeht. Was hier? Stahl dran. Tür? Okay, jetzt ist hier wieder alles halbwegs in Ordnung. Oder auch nicht? Confused. Was? Warum bin ich immer derjenige? Warum sind Sie da? Ich bin ver- Ehrlich? Warte mal, ich will mal hier nochmal schauen. Nicht, dass jetzt hier- Siehst du, jetzt liegt hier irgendwie was drin? Nein, ich will nur das untere hier. Ne, da ist nichts. Was, dieses Monster? Spricht Sie jetzt über Ihren Vater? Oder ist sie auf dem Schiff jemandem begegnet, der Monster war? Das weiß ich noch nicht. Wir sind ja nun mal eigentlich wieder auf dem Schiff. Also die Geschichte mit dem Vater, die ist ja eigentlich abgeschlossen, ne? Deswegen sind sie ja abgehauen wahrscheinlich. So, ich habe ja die Vermutung, dass sie doch auf jemanden getroffen sind. Auf dem Schiff. Der Monster war. Was sie scheint, ist Monster überlebt zu haben. Und der Bruder scheinbar nicht. Klingt jetzt aber wie ein Zug, ne? Ich bin mir überhaupt nicht mehr so sicher, was hier los ist. Die Arme greifen auch hier. War das eben ein Kopf? Mach mal auf hier. Entschuldigung. Entschuldigung. Da war es nur eine Poppe, hm? Entschuldigung im Käfig. Da war es nur eine Tür. Und hier nochmal. Hier ist bestimmt zu neuer. Wofür stehen all diese? Ich versuche es irgendwie zu verstehen, ne? Das hat ja alles irgendwo eine Bedeutung, ne? Was ist mit euch allen passiert hier? Böse Dinge. Böse Dinge. Kann mich scheinbar nicht wegdrehen. Okay, kann ich gar nicht nach vorne laufen? Kann, glaube ich, nur rückwärts laufen. Ist cool gemacht, ne? Die Flamme würde alles verbrennen. Die Flamme würde alles verbrennen. Ja. Oder gab es ein Feuer vielleicht? Die Flamme wurde alles verbrennen. Nicht wahr? Oder was? Das ist alles klar, Digga. Hier unten. Großer Saal. Die hängen hier. Das ist ne Bühne. Eine Theateraufführung. Ja. Schau mal an sie. Sie hat ihr ganze Leben vor ihr. Wird es Jahre sein? Oder nur Minuten? Du bist verrückt! Ich habe eine Konversation, die du nicht hören kannst. Chizou. Absolut Chizou. Lübchen. Okay, da geht es nun so. Wir gucken hier nochmal. Ja, ich komme gleich. Okay, hier scheint aber nichts zu sein. Schau mal hier mal. Wird hier gerne mal Reihe für Reihe durchgehen wollen. Einfach nur, falls hier irgendwas auf dem Sitz liegt oder so, weißt du? Eine Lampe. Es juckt. Will wirklich nichts erpassen. Der lässt mich hier nicht durch. Schweinebande. Okay, aber hier ist nichts. Guck mal. Aber wenn ich jetzt hier zu dicht rankomme, dann wird wahrscheinlich was getriggert. Okay. Komm, wir gehen einfach mal ran hier. Nee, guck mal. Wir müssen das abspielen lassen. Dann können wir hier doch in Ruhe scheuen. Nelly soll durchrennen. Weil hier ist nichts. Hier scheint nichts zu sein. Das wäre ein gutes Versteck, ne? Können wir auch mal auf die Bühne gehen. Guck mal hier. Hier kommt bestimmt eine Tür oder so. Nee, hier ist auch nichts. Okay. Na gut. Dann, ähm, Film ab. Ich kann hier wieder was finden. Ja, aber alles sehr, sehr identisch aus, ne? Da? Bin mir nicht sicher. Okay. Das hat nur, das hat nur. Das sieht doch eigentlich fast aus. Aber wie so ein Leuchtturm. Dann leuchtet da zumindest was. Hast du gesehen? Hier, was leuchtet. Können wir mal hier nach hinten gucken. Vielleicht leuchtet da ja irgendwas aus hier. Nichts zu sehen, ne? Nichts zu sehen. Endet uns nur ein bisschen. Okay. Okay, aber weiter geht's auch nicht, ne? Also war jetzt eigentlich nur bei dem Licht hier. Wo war denn der? Da. Da kam ein Licht. Ah, guck mal. Näher rangehen. Leuchtturm. Okay, was will er uns zeigen hier? Also was? Okay, wir brauchen Schlüssel. Muss man dem Licht hier vielleicht folgen? Da hinten. Okay, da hat was hingezeigt. Ja. Ja, was hat denn das Monster gemacht? Okay, wir reißen mal alle Herzen raus hier. Ja. Hier ist was passiert. Oder bei einem, ich weiß es nicht. Ich weiss es nicht. Ach, hier ist das schon Sinn. Okay. Äh, ja. Ja. Jetzt haben wir das. Okay, eine Blume. Okay, da geht's nach oben. Was zu? Wir sind in dem Leuchthurm, ne? Trotzdem werden wir nochmal ein bisschen scheuen hier. Welchen Zusammenhang steht jetzt dieser Leuchthurm hier? Weiß es nicht, ne? Wir müssen hier springen. Wir müssen Blümchen pflücken. Ich will hier mal kurz scheuen. Oh, viele Blumen, ja? Ja. Ja. Wir sind abgestürzt. Und hoch geht's nicht mehr. Wir sind gefallen. Ein Land. Maximal ein Land, wie ich finde. Vielleicht hat auch jemand seine Tage gehabt. Ich weiß es halt nicht, ne? Alles ist möglich. Ja. Ein roter Vorhang. Wir waren gebraucht, immer noch leben. Da hat sich was geöffnet. Und ich werde. Ja. Ich werde immer noch leben. Das sieht nach einer Mordszene aus, ja? Ich werde. Mehrere Messer. Und das Finale. Ich werde. Sieh jemandem was angetan. Und Schlüssel. Hat sie das Monster vielleicht beseitigt? Denkbar? Denkbar. Okay, hier scheint das Ende zu sein. Okay, hier scheint das Ende zu sein. Oh, hier ist die Flut. Oh, hier ist die Flut. Ich wehre mich. Ich gehe in die Flammen. Ich gehe in die Flammen. Ich gehe in die Flammen. Und du hast immer noch mehr, um zu drüber zu gehen. Du kannst es nicht haben. Du kannst es nicht haben. Du kannst es nie haben. können hier, aber ich bleib dem treu. Ich höre niemals auf diese düstere Stimme. Niemals. Entschuldigung. Ich glaube, der Verdacht hat sich jetzt bestätigt. Er war im Versteck und sie war auf der Suche nach dem Inhalt der Tasche. Hat sich verletzt auf irgendeine Art und Weise bei der Flucht vor den Wachen. Und in dieser Zeit hat James Besuch bekommen. Vermutlich von dem, der immer in den Schatten war und sie beobachtet hat. Ich vermute, dass er nichts gutes Sinn hatte für James. Das Monster war da und da ist noch ein Bild. King Lear sagt mir gar nichts, ne? Okay, aber es ist ja nicht ihre Schuld, ne? Sie wollte ja nur aus dem furchtbaren Zuhause entfliegen. Muss ja auch nicht gut behandelt wurden. So ein kleines Kind kann es ja nicht wissen, was so alles passieren kann. Und ich denke, die Stimme, die wir immer hören, versucht uns mehr oder weniger ein schlechtes Gewissen einzureden. Und deswegen freut es mich eigentlich, dass ich mich dafür entschieden habe, gegen diese Stimme zu arbeiten. Denn sie kann nichts dafür. Okay. Hier waren wir doch schon mal, glaube ich. Okay, die Ratte zeigt uns den Weg, aber wir schauen uns erst mal um. Wissen, da gibt es noch was. Ah, wir brauchen ein Zahlenschloss, ein Code. Den müssen wir finden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den hier finden oder ob wir da erst durchkrabbeln müssen. Ich habe halt nur Angst, dass wir da irgendwas verpassen, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, er würde dir nicht helfen. Ah, nee. Okay. Gut, jetzt aber wirklich, ich weiß halt nicht, ob ich da durch muss oder ob ich den hier irgendwo finde, den Code. Das wäre echt ärgerlich, wenn wir die Kiste hier verpassen, ne? Weichert ja nochmal zwischendurch. Hier von da sind wir gekommen, aber da war ja nichts. Entschuldigung. Könnte natürlich auch sein, dass man da durch muss und erst weiterkommt, wenn man die Truhe geöffnet hat. Denkbar. Aber wenn da nur irgendwas zum Sammeln drin ist, dann wird es ja nicht zwingend erforderlich sein, den Code zu finden. Geht hier irgendwo was? Wie auch nichts, ne? Okay. Aber ich schaue gerade auf die Uhr. Ich glaube, das reicht für heute. Ähm... Und morgen... Schauen wir denn... Wie es hier weitergeht. Ich ahne nichts Gutes. Gar nichts Gutes. Ich danke dir auf jeden Fall, wenn du bis hierhin geschaut hast und hoffe, dass du denn auch morgen wieder am Start bist. Kann man da unten, oder? Kann man da sein? Ne. Wir haben auch nicht ran, ey. Ne, das ist nur die Reflexion. Äh ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und... Ich hoffe, dass wir uns morgen wieder sehen. Ähm... Ich glaube, hier ist nichts. Na? Sechs... Vier... Sechs... Sechs... Das probieren wir mal. Sechs... Vier... Sechs... Das probieren wir mal noch. Ähm... Sechs... Vier... Sehr schön. Okay, was haben... Hey! Das Ding. Okay. Haben wir jetzt so ein... äh... was für das Podest gefunden? So ein Artefakt? Ich glaube schon. Okay, gut. Ich verabschiede mich jetzt zum fünften Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und morgen treffen wir uns genau wieder hier. Würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Aber bis dahin. Und rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.